Ich hab nur jemanden getroffen. Was ist das? Untertitelung des ZDF. Nein. Hey, hey. Hello. Hey, hey. Geht ab. Geht ab. Geht ab. Geht ab. So, verteidigen Gangreifen. Pass auf. Geht ab. Halte ich soweit wie möglich. Ich würde nachher nicht in den nächsten Zitat bleiben, auch beim Ok. Ich kann hier spüren. Zusätzlich der Feindmarker. Habe außen was rausgenommen hier. Auf... Ja, hier. Auf der Infanterie. Noch ein bisschen. Au. Hat mich gesehen. Schwein. Da ist noch ein Außenposten hier um die Ecke. Schön. Von meiner Totenleiche. Das... Da ist noch ein Außenposten. Da ist noch ein Außenposten hier links. Von meiner Totenleiche. Oh, jetzt wird da philosophisch. Sorry. So, zwei Außenposten sind hier raus, glaube ich. Sie sehen. Da ist jetzt noch ein Spawn. Also, noch ein Spawn.